Vielen, vielen Dank. Ich habe mich bereits bei einigen Kollegen entschuldigt, dass ich erstens meinen Vortrag leider ablesen muss. Ich bin einfach nicht genug vertraut auf der deutschen Sprache, dass ich ohne sehr viele peinliche Grammatischen und sonstige Fehler meinen Vortrag halten würde. Und ich glaube, die würden nur ablenken vom Thema selbst. Und zweitens habe ich mich bei mehreren Kollegen entschuldigt, weil ich für Gesichter und besonders für Namen überhaupt kein Gedächtnis habe. Das ist kein Zeichen der Senilität, vielleicht gibt es andere Zeichen, aber jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass vor 40 Jahren war mein Gedächtnis ganz genauso schlecht wie heute. Also, ich entschuldige mich wieder, wenn ich einige Kollegen, die ich schon seit langer, langer Zeit kenne, einfach nicht auf den Namen bekomme. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute Abend zu Beginn des Festmachtes zur 20-Jahr-Feier von Akzept.de zu Ihnen sprechen zu dürfen. Denn ich weiß sehr wohl, welche bedeutende Rolle Akzept bei der Umsetzung und Weiterentwicklung einer menschenwürdigen, wirksamen Behandlung der Opiatabhängigkeit von Beginn an gespielt hat. Insbesondere im Hinblick auf Substitutionsbehandlung. Sie und all jene, die Sie dabei unterstützt haben, können sehr stolz sein auf das bisher Erreichte. Für Kollegen und Mitstreiter in anderen Ländern sind die Errungenschaften in Deutschland ein wahrhaft inspirierendes Beispiel. Innerhalb Europas ist Deutschland heute in Bezug auf die geschätzte Anzahl der Opiatabhängigen eines der Länder mit dem höchsten Anteil der Substitutionspatienten. Es sind annähernd 76.000 hier in Deutschland. Es ist aber noch nicht so lange her, als der damalige Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Hermann Heinemann, im November 1986 eine große Konferenz in Düsseldorf mit den Worten eröffnete. Und Herr Hüßgen wird sich da besinnen. Ich zitiere ihn, in der Bundesrepublik gehört die Überlegung, die reine Überlegung, Medikamente an bestimmte Heroinabhängigkeit zu verabreichen, sozusagen zum Tabukatalog unserer Drogenpolitik. Das war 1986. Das war der Heinemann. Und im gleichen Jahr beöffentlichte der ehemalige Drogenbeauftragte des Landes Berlin einen Aufsatz mit dem Titel Abstinence or Maintenance. Warum die ersten drei Worte auf Englisch lauteten, weiß ich nicht, aber jedenfalls dann ging es weiter. Dann ging es weiter. Warum es in Deutschland kein Methadon-Programm geben wird. Meine Mutter in einem früheren Aufsatz hat dazu geschrieben, ein Held wäre, war der Herr Kollege nicht. Jedenfalls, ich möchte Ihnen anhand von zwei besonderen Ereignissen, von einem haben Sie bereits gehört, bedeuten, wie dramatisch und rasend schnell sich die Situation in der Zwischenzeit geändert hat. Keine zehn Jahre, nachdem prophezeit worden war, dass es in Deutschland niemals Methadon-Behandlungen geben würde, fand in Hamburg die Einweihungsfeier des Marie-Nice-Warned-Weges zu Ehren der Mitbegründerin der Methadon-Behandlung statt. Den Marie-Nice-Warned-Weg findet man auf jeder Google- oder sonstige Landkarte von Hamburg. Und ich kann Ihnen versichern, dass nirgendwo sonst auf der Welt, jedenfalls bestimmt nicht in meinem Land, wird die Leistung dieser engagierten, brillanten, beherzten Ärzten durch eine Straße mit ihrem Namen gewürdigt. Und ich muss hinzufügen, dass die Anerkennung dafür die offizielle Genehmigung für diesen Straßennahmen beantragt und durchgesetzt zu haben und das in Eigenregie meinem lieben Freund und hochgeschätzten Kollegen Josch von Sur, von Sur-Klemm von Hohenburg gebührt. Der Josch war, wie ich, ein geborener Holländer. Auf weiteres Lob für diesen wundervollen Menschen kann ich Ihnen gegenüber verzichten, weil er akzeptiert ja sein Andenken seit 2005 durch die jährliche Verleihung eines ihn zu Ehren gestifteten Preises war. Und dem Josch von Sur-Preis. Er war ein fantastischer Kollege und ein sehr, sehr guter Freund. In 1988 beging Max Klieber, einziges Kind der verwittelten Dorothea Klieber aus Marktschwaben, die haben eben von ihm gehört, und 14 Jahre lang heroinabhängig Selbstmord. Als seine äußerst erfolgreiche Methadonbehandlung abrupt beendet wurde, weil sein Arzt in Untersuchungshaft kam, das war wenige Monate nachdem er so erfolgreich behandelt worden war, Jahre später findet sich in einem Rundschreiben des Vereins der Drogenpolitik hierzu folgende Anmerkung, Was andere im Verzweifelte starr gestützt hätte, war für Dorothea Klieber Ansporn, den Kampf aufzunehmen. Im April 2002, das ist Dorothea und ihr Sohn, ihr einziges Kind, Max, im April 2002 erhielt Dorothea Klieber in Anerkennung ihres außergewöhnlichen Engagements für die Methadonbehandlung das Bundesverdienstkreuz. Und wie gesagt, vor vier Tagen hat diese fantastische Frau eben ihr 90. Geburtstag gefeiert. Es geht ihr glänzend, sie ist ungeheuer zufrieden mit ihr Leben, mit ihren Leistungen und mit dem Erfolg der Substitutionsbehandlung hier in Deutschland. Den hochdramatischen Wandel der deutschen Drogenpolitik habe ich persönlich nicht erlebt. In 1989 war ich als Redner zu einer Drogenfachttagung der Gewerkschaft der Polizei, also für mich eingeladen zu werden von einer Gewerkschaft von 300.000 deutschen Polizisten, das war schon allerhand, jedenfalls war ich da eingeladen als Redner zu einer Drogenfachttagung. Ich begann mein Referat, um zu zeigen, wie sich die Zeiten geändert haben. Ich begann mein Referat mit den Worten, ich zitiere, in Deutschland und noch dazu in München, der Hochburg der Methadongegner, über und gar für Methadon zu sprechen, da komme ich mir vor wie Daniel in der Löwengruppe. Und dazu wird ein gleicher am Flughafen München von den Löwen im Bayerischen Baden gegrüßt. Wie gesagt, ich habe selber diesen Wandel mitgemacht, Gott sei Dank. Nun, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert und ich freue mich, sagen zu können, dass ich mich nunmehr seit vielen Jahren auf Deutschland als eines derjenigen Länder berufen kann, die beispielhaft dafür stehen, wie rasch der Auf- und Ausbau der Substitutionsbehandlung vollzogen werden kann, wenn nur der nötige Wille dazu vorhanden ist. Sie, meine Kolleginnen und Freunde in Deutschland, wissen allerdings viel besser als ich, dass ein halbvolles Glas gleichzeitig auch halb leer ist. Und so habe ich mit Sorge im vergangenen Jahr einen Artikel meines Kollegen Rainer Ullmann, der auch heute dabei ist, aus Hamburg lesen müssen, der die alarmierende Überschrift trug, Behandlung wird wieder kriminalisiert. Darin verweist er darauf, dass, ich zitiere nach, der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung die Behandlung der Opiatabhängigkeit nur mit dem Ziel der schrittweisen Wiederherstellung der Betäubungsmittelabstinenz erlaubt ist. Wenn Abstinenz nicht angeschrieben wird, ist die Behandlung eine Straftat. Offenkündig hat sich seit den frühen 1990er Jahren wohl nichts geändert, als ich in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, das war 1992, die Forderung formulierte, wir müssen energisch die Ansicht ablehnen. Abstinenz sei das einzige erstrebenswerte therapeutische Ziel. Dr. Ullmann berief sich zudem auf eine Urteilsbegründung des Landeslandgerichts Bayreuth aus dem Jahr 2007, in der es hieß, und ich zitiere dieses Gericht, der angeklagte Arzt habe bei Beikonsum die Behandlung nicht abgebrochen. Da setzen Sie sich einmal in die Denkweise, die dieser Entscheidung zugrunde liegt. Der behandelte Arzt wird dazu aufgefordert, auf einen fortgesetzten Drogenmissbrauch seines Patienten mit dem Abbruch der Behandlung des Drogenmissbrauchs zu reagieren. Das wäre ja, als wenn ein Richter verlangen würde, dass die Insulinbehandlung von Diabetikern abzugreifen bleiben muss, wenn deren Blutzucker einen bestimmten Spiegel übersteigt. Vor allem dann, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass der Patient eine verordnete Diät nicht befolgt. Zur unmissverständlichen Klarstellung, dass die klinische Beurteilung des Arztes im Einzelfall als völlig belanglos zu werden ist, heißt es in der von Dr. Ullmann zitierten Gerichtsentscheidung weiter, allein die Inkaufnahme langer Anfahrtswege, das Interesse des Patienten an der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes oder die Gefahr eines Wiederabgleitens in das Drogenmilieu, rechtfertigen es nicht, von den genannten Regeln abzuweichen. Vor diesem Hintergrund scheint es keine Übertreibung zu sein, wenn man folgert, dass das deutsche Justizsystem von Ärzten eine Verletzung des Hippokratischen Eides einfordert, indem diese sich den Diktat des Staates zu beugen haben, selbst wenn sie der Überzeugung sind, dass dies dem Patienteninteresse zuwiderläuft und potenziell tödliche Folgen zeitigt. Ohne von den erstaunlichen Leistungen der vergangenen zwei Jahrzehnte ablenken zu wollen, muss doch deutlich gesagt werden, dass das Werk von ACCEPT und allen anderen ihre Visionen und Engagementeilenden Organisationen und Mitstreitern noch lange nicht vollendet ist. Aber Sie haben mich sicherlich sicherlich nicht aus Amerika eingeladen, um Ihnen einerseits die in Ihrem eigenen Land bereits erzielten Fortschritte und andererseits die fortdauernden drogenpolitischen Widerstände und Herausforderungen vor Augen zu führen. Erlauben Sie mir daher Ihnen einen Einblick in einige der in anderen Regionen der Welt gesammelten Erfahrungen zu geben. Ich fürchte allerdings, dass ich hierbei aus alter Gewohnheit wieder einmal in die Rolle eines Schwarzseers schlüpfen werde, der sich eher auf das Negative als auf das Positive konzentriert. Dies geschieht aber keineswegs in der Absicht, Ihnen ein Gefühl der Schadenfreude zu vermitteln, sondern vielmehr deshalb, um die Ihnen entgegengebrachten teils kräftigen Widerstände in ein rechtes Licht zu rücken. Will man nämlich die oppositionelle Haltung gegenüber der Substitutionsbehandlung in Deutschland bestehen und sie überwinden, muss man nämlich ihre Universalität und Zeitlosigkeit erkennen. Lassen Sie mich zur Beanschaulichung dessen mit einigen Beispielen beginnen, die sich mit dem Behandlungsziel Abstinenz beschäftigen. Nachdem ich auf der ersten National Conference on Drug Abuse vor mehr als 35 Jahren eine Zusammenfassung der schlagenden und einhelligen Beweise für die Effektivität der Methadonverhandlung gegeben hatte, zog ich folgenden Schluss. Nach nunmehr fast zehn Jahren, also 1974, nach nunmehr fast zehn Jahren, haben sich die Bemühungen der Programmbefürworter, die Öffentlichkeit aufzuklären und einen Meinungswandel herbeizuführen, als völliger Fehlschlag erwiesen. Es ist unfassbar, so schrieb ich in 1974, es ist unfassbar, aber in unserer heutigen Zeit liegt das Hauptinteresse darin, wie man eine effektive Behandlung einstellt. Ich glaube, das wird Ihnen nicht fremd vorkommen. Dass das Hauptaugenmerk Mitte der 70er Jahre auf Entgiftung gerichtet war, wird an der folgenden Stellungnahme eines ehemaligen Leiters des höchsten US-Antidrogenbehörde deutlich. Er schrieb, es ist äußerst wichtig, Methadon als die Krücke zu begreifen, die es ist, nämlich als eine vorläufige Hilfsangebot, das zurückgezogen werden muss, sobald der Klient seine kranken Gesinnungen, Werte und Rationalisierungen verändert hat. Also, sehr stolz über den amerikanischen Kollegen bin ich nicht. Und das war eine der führenden Figuren in der Behörde gegen Drogensucht in Amerika vor 30 Jahren, 35 Jahren. Und in den nächsten drei Jahrzehnten hat sich wenig geändert. 2007 äußerten sich zwei australische Autoren wie folgt in der Zeitschrift Lancet. Aus politischer Perspektive gelten diejenigen Behandlungen als populär, in deren Zielfokus das Erreichen von Abstinenz innerhalb von Wochen oder Monaten steht. Und vor wenigen Monaten verkündete ein Bericht der Norcate Equipment Agency in Großbritannien, ich zitiere, Niemand sollte auf unbestimmte Zeit auf Methadon oder ähnlichen Opiaten geparkt werden. Neue klinische Therapierichtlinien werden Ärzte und Klienten auf das anzustrebende Behandlungsergebnis Abstinenz fixieren. Und eine zeitliche Verschreibungsbefristung wird ein unbekanntes Abdrück in eine Dauerbehandlung behändert. Das war vor wenigen Monaten. Während sich einige Kritiker mit ihrer kompromissloser, ablehnenden Haltung auf das bisherige Misslingen konzentrieren, eine Einigung auf eine gemeinsame Forderung nach einem universellen Abstinenzstil herbeizuführen, lehnen andere das der Maintenance-Behandlung zugrunde liegende Konzept einfach strikt ab. Unabhängig von der Behandlungsdauer oder der therapeutischen Zielausrichtung dementsprechende Beispiele sind. Dementsprechend die folgenden Beispiele. 1921, also vor 90 Jahren, die American Medical Association konstatiert, die Ärzteschaft missbilligt die Abgabe von Narkotika an Drogen süchtig auf das Schärfste. Mehr als ein halbes Jahrhundert später, in 1974, und im Anschluss an unzählige positive Berichte zur Behandlungseffizienz aus aller Welt, wurde das publiziert, was noch immer den Record als die widerlichste und abartigste Kritik aller Zeiten hält. Es stammt von Thomas Sass, einem amerikanischen Psychiatrie-Professor und hochgeachteten, wenn auch umstrittenen Autor und Empfänger einer besonderen Auszeichnung für bezügliche Leistungen durch die führende Form Reduction Organisation in Amerika. Dieser Professor Sass schrieb, Methadonbehandlung ist die Gaskammer, in die die Schwarzen so bereitwillig gehen, wie einst die Juden in Deutschland. Ich kann nur meine Mutter zitieren mit den Worten zum Kotzen. Also sowas, es ist kaum vorstellbar. Aber das war vor, wie gesagt, 35 Jahren die Meinung einer der sehr bekannten Psychiatrie-Professors in Amerika. Um sie nicht allzu sehr zu überfachten und zu langweilig, überspringe ich jetzt ein Vierteljahrhundert der Anfeindungen und komme zum Jahre 1999. In dem Jahr, in dem in einer Rede vor dem US-Congress, sagte der Senator John McCain, der vor kurzem Präsident werden wollte, Senator McCain sagte, die Methadonbehandlung füttert die Abhängigkeit mit den Dollars der Steuerzahler. Dies ist widerlich und zutiefst unmoralisch, so Senator McCain. 2008, ein langer Politiker in Schottland, äußerte sich folgendermaßen, ein hoher Anteil unserer Drogenmissbrauchenden Bevölkerung ruht sich dick, dumm und glücklich auf Methadon aus. Und in 2010, vor wenigen Monaten, eine Zeitungsüberschrift in Großbritannien aus den letzten Monaten, Prime Minister Cameron treibt Drogenpolitik des kalten Entzuges voran. Vielleicht sollten Sie sich wirklich etwas Schadenfreude gönnen. Und ich meine, was kann man sonst günstiges von diesen Erzettel-Zitaten noch denken. Das Weitere ist es auch so, dass in all jenen Ländern, in denen Methadon akzeptiert wird, die Behandlung damit in eine Unmenge von Gesetzesvorschriften und durch Führungsbestimmungen eingezwängt werden ist, die in anderen Zeiten der Medizin einfach nicht vorstellbar wären. Hierzu folgende Beispiele. Es gibt staatliche festgelegte Eignungskriterien, zum Beispiel Alter, Dauer, meist mehrere Jahre des Drogenmissbrauchs, eine präzisierte Anzahl an vorherigen Misserfolgen in drogenfreien Behandlungseinrichtungen und so weiter. Stellen Sie sich doch einmal vor, der Staat würde per Gesetz das Verschreiben von Antidepressive an Suizid gefährdete Patienten verbieten, die noch zu jung sind, für einen viel zu kurzen Zeitraum an schweren Depressionenleitungen oder die noch nicht zwei oder mehr fehlgeschlagene Selbstmordversuche hinter sich haben. Einfach undenkbar. Aber auf diesem Gebiet leider sehr, sehr oft zu sehen. Ärzten wird Befugnis entzogen, über die aus ihrer Sicht angezeigte medizinische Behandlung zu entscheiden und damit zu beginnen. Zum Beispiel darf ein Arzt in Norwegen lediglich eine schriftliche Empfehlung für die Einleitung einer Substitutionsbehandlung aussprechen, die einer aus Sozialarbeitern zusammengesetzten Kommission zugestellt werden muss. Diese entscheidet dann darüber, ob der Empfehlung gefolgt werden soll oder nicht. In vielen Ländern ist es Ärzten nicht gestattet, Methadon zu verschreiben, wenn nicht gleichzeitig eine Begleittherapie stattfindet. In Deutschland ist sozusagen die psychosoziale Betreuung. Eine Therapie, die nicht nur jedem Patienten angeboten, sondern auch von jedem Patienten akzeptiert werden muss. Unabhängig davon, ob der behandelnde Arzt oder der Patient selbst die Teilnahme daran für notwendig oder wünschenswert erachtet. Die Anzahl und Häufigkeit der durchzuführenden Labortests wird auch per Behördenwillkur fortgesetzt. Ebenso wie die weitere Verfahrensweise einschließlich der Beendigung der Behandlung. Wenn diese Tests die Diagnose bestätigen, aufgrund der sich der Patient in Behandlung befindet. Diese und viele weitere spezifische Auflagen und Restriktionen regieren die Substitutionsbehandlung in den meisten Ländern der Welt. Und sie werden in der Regel von Bürokraten aufgestellt, die nie einen Patienten gesehen, ich schweige denn, jemals behandelt haben. Es gibt andere Staaten, die Substitutionsbehandlung gänzlich ablehnen. Zum Beispiel Russland, wo es geschätzte 2 bis 3 Millionen opiatabhängige Bürger gibt. Und wie lautet die Begründung dafür? Ganz einfach. Wir glauben nicht an die Substitution. Genau wie einige Kinder nicht an den Weihnachtsband glauben. Wir glauben nicht daran und deshalb weigern sich die vielen Länder, diese Behandlung anzubieten. Selbst dort, wo Fortschritte gemacht wurden und sich ein Land schließlich zur Einführung von Substitutionsbehandlungen entscheidet, geschieht dies in der Regel auf der Grundlage eines Pilotprogramms unter Bedingungen, die meist unabhängig von den Ergebnissen niemals im größeren Umfang in die Praxis umgesetzt werden können. Ein aktuelles Beispiel ist Kambodscha, wo kürzlich der Besuch der UN-General-Secretary Ban Ki-moon und seine Ehefrau bei der Eröffnungsfeier des ersten Pilot Methadon Treatment Center stattfand. Die Betriebskosten für ein Jahr 350.000 US-Dollar, die Größe der Mitarbeiterstabes mehr als 20 und die maximale Patientenobergrenze 100. Also es ist vollkommen egal, wie dieses Pilotprojekt abläuft, es wird nie für die Drogensüchtige in Kambodscha ein wirksames Acht der Behandlung sein. Traurig aber wahr, in vielen Ländern der Welt stellen die Behandlungsanbieter selbst das größte Hindernis dar, um eine Akzeptanz der Methadonbehandlung erlangen zu können. Viele sind mit großen Vorurteilen gegenüber ihren Patienten, ihrer eigenen Patienten, der Suchterkrankung und deren Behandlung mit Methadon behaftet und weigern sich ohne Erklärung und ohne Rechtfertigung mit Methadon so evidenzbasierte Medizin zu verschreiben. Einige Beispiele. In 1989 berichtete der offizielle Newsletter des US National Institute on Drug Abuse, dass eine angemessene Methadondosis, in der Regel über 60 Milligramm pro Tag, für die Eindämmung der Verbreitung von AIDS von entscheidender Bedeutung ist. Sechs Jahre später gab eine Umfrage, dass die durchschnittlich verordnete Tagesdosis in fast 50% der US-Kliniken unterhalb von 60 Milligramm lag. In einer erneuten Umfrage, ein paar Jahre später, im Jahr 2000, wurde eine deutliche Erhöhung der Tagesdosis festgestellt, aber einer von sechs Patienten wurde weiter mit weniger als 40 Milligramm betreut. In 1999 wurden in Großbritannien landesweit geltende Behandlungsrichtlinien erlassen, die besagen, dass die tägliche Methadondosis bei den meisten Patienten zwischen 60 und 120 Milligramm betragen sollte und sechs Jahre später, im Jahr 2005, stellte man fest, dass in Großbritannien die durchschnittliche Tagesdosis von 59 Milligramm auf 45 Milligramm gesunken war. Wieder unerklärlich. Andererseits, auch vollkommen unerklärlich, in einer 2007 durchgeführten Umfrage unter Methadon-Behandlungsanbietern in Großbritannien wurde festgestellt, dass ein Drittel der Programme eine Erhöhung der Methadondosis als Belohnung für saubere Urinproben anbohlen. Unreiflich. Mein Blutzucker liegt sehr tief, du bekommst eine höhere Dosis von dem. Nach so vielen Jahren, dass ich immer noch so schaiv bin, dass ich darüber verblüfft sein kann, das spricht auch viel. Aber jedenfalls, viele Methadon-Programme in den USA, aber auch in Spanien, Kanada und bestimmt auch in vielen anderen Ländern bestehen darauf, dass die Urinabgabe unter direkte Beobachtung stattfindet. Egal wie lange sich der Patient bereits in Behandlung befindet und wie gut sie darauf angesprochen haben. Und ein an den renommierten Johns Hopkins Medical Center angegliedetes Methadon-Programm veröffentlichte vor ein paar Jahren die Ergebnisse bezüglich einer Verfahrensweise, wonach Patienten, denen es nicht gelangt, in einer bestimmten Zeit eine geregelte Arbeit aufzunehmen, die weiter Behandlung verweigerten wurde. Denn selbst die Anbieter von Methadon-Behandlungen solche Praktiken übernommen haben, beziehungsweise einführen, wen wundert es da, dass sowohl Kollegen aus anderen medizinischen Disziplinen wie auch die Öffentlichkeit insgesamt eine vorurteilsbehaftete Meinung gegenüber der Behandlung, den Behandlern und den Patienten haben. Ein kurzes Wort zur heroin-gestützten Behandlung. Mein noch sehr deutlicher Enthusiasmus für Methadon beruht darauf, dass dies die Behandlung ist, die ich selber seit vielen, vielen Jahren, mit der ich verwurzelt bin. Dies sollte aber absolut nicht so ausgelegt werden, als würde ich Negativismus gegenüber jedem anderen Behandlungsangebot verbreiten wollen, das Hilfsuchenden in Archenien Unterstützung ermöglicht und Hoffnung bietet. Und folglich bin ich auch ein entschiedener Befürworter der heroin-gestützten Behandlung. Allerdings muss ich gestehen, dass ich einige Probleme mit den Pilotstudien habe, die in Deutschland, Großbritannien und Kanada durchgeführt wurden. Und ich muss hinzufügen, dass ich mit den frühen Studien in der Schweiz und im Niederland einfach nicht vertaucht werde. Zunächst einmal war die Teilnahme auf Personen begrenzt, die auf Methadon nicht gut angesprochen haben. Und dies normalerweise mehrmals. Dann wurde in den Modellprojekten Heroin mit Methadon-Behandlung beglichen. Wobei in Bezug auf die Testperson bekannt war, dass sich Methadon als ininfektiv erwiesen hatte. Ferner war das Motiv für die freiwillige Teilnahme eindeutig der Wunsch nach Heroin. Und nicht wieder die Behandlung zu bekommen, auf die sie bereits in der Vergangenheit schlecht angesprochen haben. Gewiss konnte man erwarten, dass es diejenigen, die das bekamen, was sie wollten, besser machten als diejenigen, die über das Ergebnis der Randomisierung enttäuscht waren. Was vielleicht am meisten an den Studienergebnissen überrascht, ist nicht, dass die Heroin-Patienten besser liefen als diejenigen, denen wiederum Methadon gegeben wurde, sondern vielmehr, dass so viele Methadon-Patienten gut auf die Behandlung ansprachen. Die Versuchsergebnisse erlangten zwar eine große Publikität, jedoch wurde fast immer verschwiegen, dass gezielt Abhängige rekrutiert wurden, die von der Methadon-Behandlung nicht profitiert hatten. So brachte zum Beispiel ein Artikel im Wall Street Journal über die Erfahrungen aus Kanada die Schlachtzeile Neue Studie zeigt, Alternative zu Methadon ist effektiver. Und der Artikel selbst wurde mit der Behauptung eingeleitet, die Studie ergab, dass Interaktionen mit ärztlich verordneten Heroin effektiver waren bei der Behandlung von Langzeitabhängigen als Methadon. Berichte in den deutschen Massenmedien klangen sehr ähnlich. Denn überhaupt wurde bei der Berichterstattung sowohl in der Fachliteratur als auch in der Laienpresse kaum auf die Schwierigkeiten eingegangen, die bei der Teilnehmerrekrutierung bei den Modellversuchen besonders in Deutschland, Großbritannien und Kanada auftragen. Die Schwierigkeit der Rekrutierung, was auch immer die Gründe dafür war, lässt die Bedeutung der Ergebnisse der Begleitforschung für die breite Mehrheit der Heroinabhängigen in Zweifel ziehen. Außerdem, selbst wenn es eine größere Nachfrage nach Heroinbehandlung gäbe, würden die Kosten, jedenfalls die Kosten der Modellprojekte, Deutschland, England und Kanada, Aufnahmeanträge in größerem Umfang ausschließen. Und zwar unabhängig davon, wie günstig die Studienergebnisse auch ausfallen mögen. Auch das hat kaum Beachtung gefunden. Ich fürchte für die meisten Leser, heute lautete die Schlussfolgerung, Methadon sei so ineffektiv in der Behandlung von Opiatabhängigen, dass sogar die Vergabe von Heroin bessere Resultate hervorruft. Falls meine Interpretation stimmt, tragen die Heroin-Erfuhrungsprojekte nicht unerheblich dazu bei, Methadon noch größer in Verruf zu bringen, obwohl sie für die überwiegende Mehrzahl der hilfesuchenden Opiatabhängigen Menschen nur geringe Bedeutung hat. Fazit. Wie gesagt, meine schärzte Kritikin, meine Mutter sagt immer, du musst immer sagen, Fazit, dann kann das Publikum aufatmen, Atmen ist das Fall zu ändern. Also, Fazit. Es dürfte deutlich geworden sein, dass ich mich selbst nach so vielen Jahren auch weiterhin in unvermitteltem Maße im Bereich der Substitutionsbehandlung engagieren werde. Sicherlich ist dies manchmal frustrierend. Aber ich bemerke immer wieder, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, der sich frustriert fühlt. Im Juli dieses Jahres moderierte Dr. Christian Kroll, weltweiter Coordinator for HIV AIDS von UNODC, eine Satellitenkonferenz in Wien mit internationalen Experten mit dem Titel Die Opioid-Substitution rettet Leben. Das ist amtlich. It is official. Der Sarkasmus im Titel war unübergehörbar und er war beabsichtig, wie Dr. Kroll in seiner Einleitung deutlich machte. Er brachte seine Überraschung und seine Frustriertheit darüber zum Ausdruck, dass es in 2010 immer noch notwendig ist, eine solche Konferenz einzuberufen, um immer wieder zu bekräftigen, was seit Jahrzehnten einhellige Forschungsberichte aus aller Welt unzweifelhaft belegt ist. Ja, Substitutionsbehandlungen sind effektiv und ja, sie retten tatsächlich Leben. Opioidabhängigkeit ist eine chronische, rezidierende Erkrankung, was per Defizionum bedeutet, dass sie bisher nicht geheilt werden kann. An diesem Konzept ist überhaupt nichts noch. 1920, 90 Jahre, schrieb ein New Yorker Arzt, aktuell gibt es für die große Anzahl der an Rauschgift abhängigen keine Heilung. Und er fuhr weiter, wir haben unsere Abhängigen angepflegt, ihnen gut zugeredet, ihnen sie ermahnt, sie eingesperrt, sie wie Geisteskranke behandelt und zu sozialen Außenseiten gemacht und wir haben stets versagt. Zum Glück ist Opioidabhängigkeit aber eine Krankheit, die zwar nicht heilbar, aber behandelbar ist. Wir kennen eine Behandlung, die schnell bereitgestellt werden kann, mit relativ niedrigem finanziellen Aufwand, relativ in großem Umfang, eine Behandlung, die erwiesenermaßen in der Lage ist, in den unterschiedlichen geografischen, politischen oder sozioekonomischen Settings eine bedeutende Anzahl an Abhängigen zu erreichen, wenn sie auf der Basis freiwilliger Teilnahme angeboten wird. Und eine Behandlung, die einen hohen Grad an therapeutischen Erfolg aufweist. Und keine Behandlungsart besitzt das Potenzial, mehr opiatabhängigen Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen als Methadonbehandlung. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, den potenziellen Einfluss dieser Behandlung auf die Verbesserung des Lebensalltages und der Überlebensversicherung zu optimieren. In Anbetracht dieser Herausforderung glaube ich, dass der vor kurzem in Ruhe standgetretene Executive Director des UN Office of Drug Control, Antonio Maria da Costa, den Schlüssel zum Erfolg auf den Punkt gebracht hat. Wenn wir Drogenabhängige genauso als kranke Menschen betrachten, wie es bei Krebs oder Diabetes oder Tyberkulose der Fall ist, wenn es uns gelingt, die Behandlung der Drogenabhängigkeit in die medizinischen Versorgungssysteme größerer Länder zu integrieren und sie so zu normalisieren, dann würden wir einen wirklichen Fortschritt bei der Eindämmung des Drogenkonsums erzielen. Ich bedanke mich nochmals für Ihre folgende Einladung, gemeinsam mit Ihnen das 20-jährige Bestehen von Akzept zu feiern. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie stolz ich bin, ein Kollege und Mitstreiter in Ihrem Bemühen und die Durchsetzung und Fortführung einer akzeptierenden und humanen Drogenpolitik sein zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.